Das Mädchen, das ich mitgebracht habe nach Hause? Jamie? Ja, was ist mit ihr? Das hab ich wohl verbockt. Reparier's. Sie redet nicht mit mir. Vielleicht hört sie ja zu. Es gibt immer einen Weg. Wenn du auch nur eine geringe Chance siehst, dass sie die richtige ist, dann reparier's. Bis zum nächsten Mal. Sie war die Liebe meines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber die Menschen, die nicht auf meiner Seite sind, die sind vorsichtig. Weil sie genau wissen, ich bin da. Und deswegen haben sie guten Grund, mich zu fürchten. Bis zum nächsten Mal. 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 und Freundschaften, die man mit Geld kauft, bedeuten nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020